So, was reicht dann für ne Zeit? Im Radars Namen, willkommen. Sieht immer noch schlecht aus. Diplomatire. Wir brauchen die hier. Aus welchem Grund wollt ihr mich sprechen? Die Antwort, die ich euch übermitteln muss, lautet nein. Hm, ok. Äh, Tributendrich, ein mittlerer Betrag, ein niedriger Betrag. Äh, komm. Danke, danke, danke. Komm, da geht nochmal was. Machen wir nochmal. Ja. Hätte ja sein können. So. Lass ich hier mal schneller und so. Sieht denn jetzt mit Alkoholproduktion hier aus? Es geht voran, es geht voran. So. Upgrade, komm. Nicht, dass mir hier die Hälfte einfriert, weil... ...hier das Zeug nicht wegkommt. Sind da jetzt doch schon einige Betriebe hier am Netz. So. Zurück... ...zu meiner Hauptcity. Wieso... Eine Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt. ...gut für ihn, wenn er Spaß dran hat. So. Hey, ihr da. Könntet ihr mir vielleicht bei einer Kleinigkeit behilflich sein? Uh, nur Momento. Immer mit der Ruhe, so. Was willst du denn? Neun Tonnen Edelsteine. Muss ich mal direkt gucken, ob ich neun Tonnen auf Tasche hab. Hab ich. Kannst du haben. So. Bei dir findet man immer was Feines. So. Neun Tonnen. So. Wie geht es? Zum freien Händler bitte. Danke. Alles klar. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Dann hol ich mir dann schon mal Elfenbein auf Tasche. Dass meine Kunden... Äh, meine, meine Kunden, sag ich schon. Meine... Meine... Meine Gefolgschaft bald mal haben will. Und wieso steigt ihr immer noch nicht auf? Wollt ihr nicht? Keine Lust. So. Besser. Komm. Habt ihr was zum Lachen? Was geht mit euch ab? Was ist mit euch? Oh, ihm geht schon wieder der Alkohol aus. Ist jetzt hier mal endlich die Produktion in den Sprung gekommen? Ihr kommt wie gerufen. Lasst uns den Auftrag abschließen. Natürlich. Immer doch. Elfenbein bitte. Danke. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. So. Der freie Händler hat gut daran getan, gerade euch damit zu beauftragen. Arbeitest du jetzt regelmäßig für den freien Händler? Aber immer doch, weil es gut Kohle gibt, ne? Vom bei Diamanten. Äh, wann kommt hier die nächste Alkohollieferung an? So, da kommen sie ja. Wie sieht's denn hier aus? Ahoi. 14 Tonnen nur. Fluch, zu wenig. So. Seid ihr endlich wieder besänftigt? Ich fragte besänftigt. Na, kommt. Seid doch nicht so. So missmutig, ne? Wie sieht's denn eigentlich mit Essen aus? Immer noch abnehmen. Das gibt's doch nicht. Kann ich nicht mehr ausbauen. Äh, huch. Du produzierst davon, du auf 100. Ihre Bewohner sind unzufrieden. Ja. Sie protestieren gegen die Missstände. Ja, komm. Ich hab' dich ab, Leute. Hab' doch eh schon wieder Alkohol. Die Fahrt zu euch hat sich bezahlt gemacht. Hab' sogar wieder Pralinen. Habt ihr euch jetzt bald mal beruhigt hier? Mann, mal einen Tag nicht saufen, ne? Und schon geht ihr auf die Barrikaden. Das kann doch auch nicht sein. So, wie sieht's aus? Ach, das Schiff ist grad weg. Ist das meins? 19 Tonnen, es geht ja. Ich bräuchte aber fast noch mehr Alkohol, aber... Ein Warenvorrat geht zur Neige. Ja. Steigert mal hier nochmal. So, mal gucken. Vier Ziegel. Fünf Ziegel. Super. Ich bräuchte hier Ziegel, bitte. Danke. So. Ich hab' den Alkoholbedarf. Das ist ja nicht mehr feierlich. So. Wie sieht's aus? Alkohol in rauen Mengen. So. Einkaufen. Einkaufen. Alkohol, bitte. Nicht so viel. 38 gelangt. Ein bisschen Pass produzieren wir ja auch. So, wie sieht's aus? Schmuck steht immer noch auf 14. Aber Gold und Diamanten haben eine Überproduktion. Dann machen wir einfach mal das hier. noch ein bisschen Schmuck produzieren. Und dann will ich auch noch einkaufen. Mir geht bald der Platz aus. Parfum. Naja, okay. Hier. So. Dass hier meine Bürger mal echt zufrieden sind. Und ich könnte das Elfenbein ablagern. So. Ich kann gar nichts mehr verkaufen. So. Oder wie? Oder wat? Hm. Hm. Marmor könnte ich hier rauskacheln. Ein Bischof spendet der Bevölkerung göttlichen Schutz. Super. Wat will ich mit göttlichem Schutz? Hab keine Furcht. Der Glaube ist unser Schutz. Der Segen des Herrn. So. Wie sieht's aus? Immer noch 1322. Was geht euch ab? Nichts. So. Wenn's euch gut geht, dann könnt ihr ja aufsteigen. Wollt ihr aber dann auch wieder nicht. So. Ziegelproduktion läuft auch noch. Munter und fröhlich. Mal kurz geguckt, ob die schon wieder Werkzeuge brauchen. Euer Besuch wird den Maharaja interessieren. Ja, die brauchen wieder munter Werkzeuge. Dann liefert man sie. Werkzeuge aufladen. So. 30 Stück. Können wieder reichen. Ach ja. Nahrungsmittel. Nahrungsmittel. Könnte ich jetzt echt mal in die Pötte kommen. So. Fisch fangen. Hier hin. Eine Ware wird knapp. Ja, Nahrung. Ich hab's schon gemerkt. Deswegen bin ich auch schon am Produzieren. Nee. Deswegen kommt auch da noch einer hin. Jetzt muss ich hier noch einen Weg rüber pflanzen. So. Dann haben wir hier zwei. Ah, hier rüber könnte ich noch. Wie weit geht hier der Bauradius? Nicht so weit. Dann mach ich hier gleich mal, gleich mal, gleich mal. Den hier hin. Dann zwei Fischstände. Oh, mir geht das Holz aus. Wie geht denn das mal wieder? Puh. Die nehmen uns ja richtig aus. Na gut, wir kaufen auch einiges. Na, der Weg war mal gar nichts, ne? So. Mit dem Weg, dem Weg bauen, das werde ich nie hinbekommen. So. Haben wir das hier. So. Noch ein bisschen Weg hier hin. Und wieso produziere ich hier so wenig Holz? Hm. Ach, die schlafen. Verflucht. Aufwecken. Ich Idiot. Das gibt's ja nicht. Vergesse ich hier die Holzproduktion. Und es geht natürlich unseren Bürgern immer besser und besser. So. Ich hoffe, dass die Nahrungsmittelknappheit endlich mal ein Ende hat. Wie sieht's denn hier jetzt eigentlich mit Alkoholproduktion aus? 18. 18 pro hin und her fahren. Ist eigentlich immer noch ein bisschen wenig. Ich... bräuchte fast immer noch mehr. Das gibt's ja bald nicht mehr. Oh, mal geguckt. Ziegel kommt hier auch nicht mehr rein. Hm. Die wollen auch nicht mehr aufsteigen. Was ist denn hier los? Muss ich euch die Werkzeuge wieder wegnehmen? Na. Das gibt's ja nicht. Nahrungsmittelbetriebe hingestellt. Ohne Ende, aber... Immer noch... Keine Nahrung. Hm. Wieso denn das? Ich bin froh, den Weg zu euch gemacht zu haben. So haben es kein Tabak geworden. Juhu. Ich könnte mal die Grenze ein bisschen anheben. So. Sieht ein bisschen besser aus. So. So. Da la. Ach, ich könnte ja meine Werkzeuge wieder verkaufen. Dann könnte ich auch ein bisschen... Was kann ich diesmal für euch tun? So. Hier. Damit bin ich zufrieden. Hier nochmal. Zack. Damit bin ich zufrieden. Höre ich gerne. So. Wie sieht's mit der Diplomatie aus? Es wird besser. Wir können los. Bald sind wir im ganz grünen Bereich. Ihnen stehen weitere Gebäude zur Verfügung. Oh, endlich. Sie haben sich so weit entwickelt. Es wurde aber auch Zeit. Was steht mir denn schon wieder zur Verfügung zum Bauen?